Das Versteck ist leicht dahinten. Nein! Sieh doch du uns an. Und damit ist Schluss. Na schön. Gut. Na bitte. Ist dir das hoch genug? Siehst du, das Wasser berührt dich nicht mal. Ja. Tja, sicher nicht immer leicht, wenn man so klein ist wie du. Kommt auf den Tag an. Und? Hast du noch Angst? Nein. Jetzt weißt du, warum er mich den Wall nennt. Weil du wie eine Burg bist? Genau. An mir kommt nichts vorbei. Und dein Schild sieht auch wie ein Wall aus. Wie geht's dir da hinten? Alles gut. Jetzt wo er sich beruhigt hat. Tja, danke Anu. Ja, danke. Also dann auf zum Drachenkopf. Ich weiß, du führst gern. Aber ich werde vorgehen. Also dann, bitte sehr. Ich bin es verdammt. Lass ihn durch. Deswegen sollte er vorgehen. Nein. Genau. Ganz schlimm. Ja. So. Okay. Ja. Amicia und Ugo. Der Bruder hat Potenzial. Die Schwester muss noch gezämmt werden. Trau dich nur. Tja. Ich sehe, du hast sie bereits gezeichnet. Keine Sorge, Liebes. Es steht dir. Was willst du? Dein Boot. Wir müssen nach Vakuna. Bitte stellt keine Fragen. Es ist vorbei, Arno. Die Armee des Grafen hängt uns im Nacken. Und tausende Ratten scheißen mir vor die Tür. Dieser Ort ist Geschichte. Die Crew wird aufgelöst. Dann komm mit uns. Du bist mir was schuldig. Ja, warum nicht? Der Ruf der See. Ich gönne mir eine Pause. Was soll's. Allerdings. Was? Wenn du sie auch nur noch einmal anfasst, töte ich dich. Gut. Übrigens. Des Grafens Armee hat mein Boot trockengelegt. Oh, der Ruf der See, Jan. Nie war er lauter. Ich muss mit meiner Crew reden. Geht ins Dorf. Dort findet ihr mein Boot. Ich werde nachkommen. Ja. Gehen wir. So. Du lässt einfach alles liegen und ziehst mal wieder los? Diesmal ist es wohl endgültig. Sicher. Bis du wieder da bist, werden wir uns besorfen. So wie immer. Reicht hier Sophias Boot. Oh, es regnet ganz schön doll. Jawohl, ein hitziger Wetter. Seht ihr das Licht? Das ist der Leuchtturm vom Fischerdorf. Dort liegt Sophias Boot. Ach, das war das, was wir so gut gesehen haben. Waren wir wirklich bei dem Wetter zur See? Hey, wer seid hier? Komm sofort her! Bleib hier! Ja, geht schon wieder los. Was machst du da? Hey, hör auf! Uah! Uah! Tja! Jetzt hast du es geschafft. Da kommt noch einer. Ja und, den knöcke ich mir vor. Auf dein Signal. Du befehlst, ich gehorche. Oh Gott. Na toll. Da versteckt ihr euch also. Nein, nein. Arno, schnapp ihn dir. Ja! Nur du und ich. Ah! Beim Ende. Gut gemacht. Ich kann es eben. Das sehe ich. Gut sehen, kriegen wir einen. Und hat dann Wärmung. Er hat erst den Mut. Ein ganzer Kopf. Ihr seid bestimmt da drüben! Keine Ratten hier. Die waren das. Ganz sicher. Erledige ihn, Arno. Ja, ich mache kurze Prozessen. Verlieben. Ich habe nie in Frage. Ihr seid erledigt. Arno, schnapp ihn dir. Ja, ich komme nur her. War klar, dass ich siege. So geht das auch. Man, das ist doch noch nützlich. Ich habe vergessen, dass ich Bolzen habe. Die sind hier auch erschießen können. Wir hätten uns auch durchschleichen können. Oh. Gehört ganz dir, Arno. Ja. Nur du und ich. 2 gegen 1. 2 gegen 1. Oh, scheiße. Aber wie? Aller Bolzen. Jetzt haben wir kleine Bolzen, ja. Ja, ich mache kurze Prozesse. Was war das? Schon zum zweiten Mal. Jetzt. Gut, dass wir die Wacken haben. Ein Bolzen habe ich noch. Gehört ganz dir, Anno. Eins für den Platz. Irda, machen wir sie kalt. Irgendwurz nach oben noch. Na, komm. Oh, komm. Bolzen wird hier nicht viel helfen. Oh, sehr schön. Ich hätte nur was abwenden können. Das ist nicht das Boot. Und so weiter hier. Das Boot. In Bolzen. Oh no. Hast du das gesehen? Ich schnapp ihn dir! Ja, komm nur hin! Ja, komm nur hin! Nein, dringlinge! Anruf! Ah! Deine Hände! Ah! Ah! Und dann holt sie. Erledige ihn Anon! Schätzen wir! Ja! Nur du und ich! Ah! Verliesen! Ich hab nie in Frage! Ah! Hoch! Gut, gut! Jetzt wird er nicht mal gekämpft und sich nicht nur gesteckt. Hier wird's langsam schlimmer als in Guyane. Wir kommen gut voran. Was macht der Kopf? Er hält. Oh, bitte! Und weiter geht's. Der Regen wird schlimmer. Das ist nur ein Sturm. Hoffentlich lässt er nach, bis wir beim Boot sind. Hoffentlich kommen wir da überhaupt hin. Ich sag dir, das bedeutet Pech! Ich sag dir, das bedeutet Pech! Ein Boot! Es heißt Larras Kass. Der Fisch bedeutet Pech! Für dich bedeutet alles Pech! Los! Patroulier weiter und pass auf deinen Arsch auf! Wir sind gleich da! Raskers! Lustiger Name! Gehen wir weiter! Kann ich nicht auf seinen Kopf ziehen. Ach, scheiße! Wollen wir doch noch wieder an? Wollen wir doch noch wieder an? Wo ist der andere? Ach so! Hier! Ähm! Ich muss nach den Kopf schießen! Für mich ist das Geschwister! Ich würde schon schießen! Nicht schlecht! komplette Abklebungen gewesen gut, das wäre ja komplett in Mörder angehen diese Soldaten sind eine Schande deine Männer sind auch nicht besser gesetzloses Pack alle zusammen typischer Söldner halt wie hier noch nichts übersehen wir müssen auf den Bölzchen verschwinden ja ja oh ja das Boot sieht fast eher so groß aus wir haben trotzdem ein Problem in Rüstung macht einen nicht unsterblich jetzt schaue ich mal nicht zu auf einmal ist er hinter uns dann müsste er es wieder auch noch nicht fit gelohnt nächster Mann können wir mitnehmen jetzt können wir was mitnehmen hier ist nochmal einer dann hat der Kopf ich habe eigentlich auf Platane gezählt damit wir auch einen ausschalten können der Hafen wird also nichts die Fällen sind unheimlich das geht vorbei ja ja ich freue mich wir sind fast da ja wo müssen wir denn hin ach du Schande da haben wir es nur wahrscheinlich rüber wo wo jetzt nicht das wenn man das wie hier Ich hab' mir geschreinern bleiben sollen. Jede Menge Arbeit, einfach Waren... Aber wie wollte Abenteuer erleben? Was ist das? Nichts. Nö, lang nichts. Mit den Kolzen in deinem Kopf. In der Schulter. Was sollen wir jetzt in Gendo tun, auf dem wir den ganzen Strand verstorben haben? In der Schulter. das ist auch sehr mit dem Schiff da ist es Amicia können wir es schon mal ohne Sophia ansehen ich weiß nicht Ugo ich zeig's ihm ruhig aus keine Furcht wir sind gleich hier lass die Ratten los wenn er nicht nett ist ja es ist nicht lustig wenn sie solche Sachen sagt das war's dann für dich der Graf braucht dich nicht lebend du schuldest mir gar nichts du machst nicht die Regeln na schön wir könnten auch für den Anfang Freunde sein versuchen wir es aber am Ende wirst du mich auch töten wollen irgendwie sie töten wollen dann töten wir sie was hättest dieses Spiel so an ich bin hier das ist so toll was machst du hier draußen rein mit dir du bist klatschnass ja in die Kabine also wie kriegen wir das Ding ins Wasser du richtest mit Amicia den Anker und ich suche eine Route nach Hakuna es ist die Kurbel am Bug überlass das Bier ja oh scheiße da wird's hier wird das hier wird es sowas von einen Kampf geben auf dem Deck wenn es da die Möglichkeit gibt drüber zu hüpfen das wird sowas von ziemlich schwer es ist ein Anker er soll verankern die haben den Anker blockiert der ist ein Anker damit kann man die Kette bedienen ja soll ich gucke mir doch bestimmt Sophia scheint dich nicht zu mögen das ändert sich wie der Wind aber ich hab was bei ihr gut für was ich sollte sie töten und hab's nicht gemacht verstehe was machst denn du warum kommen wir hinterher ich wollte doch gerade verdammt alter Schwede wird mit dem gesagt dass er hinterher kommen soll so das ist also die Raskaz die einzig wahre hoffentlich ist sie noch heil Anno wo ist Ugo ich bin hier das ist so toll was machst du hier draußen rein mit dir du bist klatschner ja in die Kabine also wie kriegen wir das Ding ins Wasser du lichtest mit Amicia den Anker und ich suche eine Route nach Lacuna es ist die Kurbel am Bug überlass das Bier ja ziemlich schwer es ist ein Anker er soll verankern er hängt es ist so viel wir haben den Anker blockiert Dreckskerle geh zum Steg mit der Kurbel damit kann man die Kette bedienen scheiß ab kannst du dich nicht um die kümmern ich sie nach wir schaffte seltsam aber ich hab was bei ihr gut für was ich sollte sie töten und hab's nicht gemacht verstehe na bitte die Kette blockiert den Anker los deswegen ist er noch gekommen ist doch bestimmt noch irgendwas vielleicht wird es nicht auf dem Weg wir haben die Probleme gegeben sauberer Schuss lichten wir den Anker und segeln los er mag dich also musst du es wissen Ugo stirbt was sein Blut ist vergiftet wenn es eine Heilung gibt dann auf der Ende dann sollten wir ihn hinbringen das werden wir ein Wort gibt es doch bestimmt noch mal guter Schuss alles klar kann man vielleicht gegen ihn oder schnell bevor sie aufgewiesen haben geht es jetzt los zurück in die Kabine ja also dann zurück zum Anker zum Anker los und jetzt ist das Grunde Das müsste auch hier sein, wenn man nicht. Steuerbots. Ähm. Wir schaffen es. Wir kommen hier weg. Was? Wir kommen hier weg.